Hallo, Juhu, it's me, Berlin Jane, A-S-M-R. Immer noch im Zimmer. Ihr müsst auch denken, ich bin die ganze Zeit hier drin. Aber tatsächlich verbringe ich gerne hier Zeit in diesem Zimmer, wenn es wieder etwas heller wäre. Aber das ist leider nicht möglich, weil ja die Dachfenster mit Alufolie zugepappt sind. Was ich auch verstehen kann. Denn im Sommer wird es hier wirklich sehr heiß drunter. Und meine Mutter schläft ja mittlerweile in diesem Raum, weil mein Vater schnarcht. Und deswegen hat sie es sich so hergerichtet. Aber das macht es eben auch sehr, sehr dunkel, leider. Aber ich freue mich, dass ich überhaupt eine Lichteinstellung mit meiner Kamera hinbekommen habe, um aufnehmen zu können. Und ich mag sogar das Licht sehr gerne, weil mein Gesicht warm angeleuchtet wird von der kleinen Nachttischlampe, die ich leider Ihnen nicht zeigen kann, weil das Kabel nicht ausreicht. Obwohl, ich kann ja die Kamera mal kurz bewegen. Hier sieht man die kleine Lampe, die leider jetzt so hell angeleuchtet ist, Dass man es nicht richtig zeigen kann. Aber ich mag, dass ich vom Licht her ganz warm aussehe. Und der Hintergrund eben recht kühl aussieht. Aber zum Glück nicht mein Gesicht auch noch so kalkweiß aussieht. Wie ich gestern schon angekündigt habe, gibt es noch ein paar Items, die ich gerne hervorstellen möchte, die ich hier wieder auf dem Tablett habe. Aber bevor wir diese vorstellen, möchte ich dir gerne noch ein anderes Objekt, was ich im Bad gefunden habe, vorstellen. Das finde ich so toll. Und freue mich, dass ich da gerade auch nochmal nachgesehen habe, was es noch so gibt im Schränkchen. Und ich bin mir sicher, dass du es mögen wirst. Gehört wieder in die Kategorie Knistergeräusche, Crinkle Sounds. Das ist eine Art Dusch oder Wasch oder Massageschwamm. Scheint aus sehr natürlichen Materialien gemacht zu sein. Oh ja, sowas lieben wir. Und hier unten haben wir wie Fasern. Gewebte Fasern, Pflanzenfasern, die dann eine raue Oberfläche kreieren, um dann den Massage- oder Peeling-Effekt auf der Haut zu erzeugen. Der duftet auch angenehm so leicht zitrisch. Okay. Das ist sehr interessant. Der passt zwar jetzt thematisch nicht zu den anderen Artikeln, die anderen Artikel sind ja Lebensmittel, aber wen interessiert es? Uns geht es ja um Entspannung, nicht wahr? Und dann haben wir hier außen eine Art Frottee-Stoff, vielleicht aus Baumwoll, aber es könnte auch irgendwas Synthetisches sein, ich bin mir nicht sicher. Und innen drin ist dann Spamm. Spamm kann ja auch natürlich sein, also es gibt ja auch Naturspamm. Sorry, ein Moped fährt vorbei oder ein Motorrad. Wow! Selbst hier in so einem kleinen Seelendorf, auf dem Land ist es laut. Gerade manchmal da, weil irgendwelche Traktoren fahren oder Hunde bellen. Okay. 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 Das ist ganz gut. Dass es noch kein Geruchsvideo gibt. Ich weiß, manchmal würden wir uns das gerne wünschen, aber nicht bei unangenehmen Gerüchen. Ich habe zuvor Avocado gegessen mit Tomate und frischer, also nicht frischer, aber getrockneter Knoblauchzehe. Ich glaube, in diesem Fall wirst du froh sein, dass es kein Geruchsvideo gibt. Ich glaube, in diesem Fall wirst du froh sein. Ich denke, ein Gericht und richtiges Gedanke oder ein Gericht. Ich werde noch einen Gericht mit den Trachten und das Gericht mit den Tränen machen. Ja, ab morgen wird es wieder Videos in meiner Wohnung geben. Ab morgen bin ich wieder back in Berlin. Ich muss ja jetzt auch langsam mal an meiner Diplomarbeit weiterschreiben. Die macht sich leider nicht von selbst. Ich freue mich schon wieder auf meine Matratze. Zu Hause schlafe ich einfach am besten. Ich bewundere immer die Menschen, die überall schlafen können. Die auch fast auf dem Boden schlafen können. Also warten, Matratzen. Ich kann das überhaupt nicht. Deswegen schlafe ich auch immer nicht gern woanders. Letzte Nacht war die erste Nacht, in der ich wirklich mal halbwegs gut auf der Luftmatratze geschlafen habe. Aber ich habe es mir wahrscheinlich geschafft, halbwegs so einzustellen. Von der Härte her oder von der Weichheit, wie auch immer man es nennen will. Dass es für mich gepasst hat. Ah, das hat etliche Nächte gebraucht. Aber seitlich kann ich auf der nicht gut schlafen. Da merke ich immer, dass mir die Schulter wehtut. Weil ich nicht richtig einsinke, sondern man quetscht sich dann so zusammen und es verspannt dann alles. Ja, meine Matratze ist schon toll. Die hat ja meine Mama auch, aber die benutzt sie ja jetzt. Ist ja klar. Das hier habe ich zuvor benutzt für mein Brötchen. Für mein Avocado Brötchen. Das ist eine Salzmühle. Und ich glaube, da ist Himalaya Salz drin, weil es nämlich leicht rosa aussieht. Auf Englisch Pink Himalayan Salt. Jetzt darf man die einzelnen Stückchen Kristalle so schön durch das Glas am Glas ran entlang fallen. Ich hoffe, du magst das Geräusch. Ich finde das ganz nett. Aber man selbst, während man ein Video macht, kann sich gar nicht so richtig auf den Entspannungseffekt der Geräusche einlassen. Weil man eher fokussiert ist. Dass man gut im Bild, also in der Kamera zu sehen ist, dass der Zuschauer alles sehen kann, was man macht. Dass der Gegenstand nicht zu nah ans Mikrofon kommt. Aber trotzdem nah genug, um schöne Geräusche zu erzeugen. Und natürlich auch denkt man darüber nach, was man erzählt. Auch wenn es oft nur Palaverei ist, also Rambling. Dennoch ist man ja konzentriert. Den Deckel mag ich jetzt ungern abmachen, weil er ja das ganze fein gemahlene Salz noch als Rest drin ist. Und das krümelt dann alles raus. Aber auch das ist ganz angenehm, wie ich finde. So, ich glaube es ist wichtig. Und jetzt ist das Wetter hier auch nicht so schön. Die Sonne fehlt mir sehr. Ich bin gespannt, wie es morgen wieder in Berlin sein wird. Ich komme aber auch erst abends an. Mal schauen. Mal gucken, wie die Deckelgeräusche klingen. Das ist jetzt hier ein Kunststoffdecker, also kein Glas. Das ist jetzt hier ein Kunststoffdecker. Jetzt noch die Seite der Behälter, in dem das Salz ist, aus Glas. Das ist immer gar nicht so einfach, irgendwie in der Nähe des Mikrofons zu tappen, aber nicht immer ranzustoßen. Du merkst es ja selbst, dass ich immer wieder rankomme. Sorry. Okay. Okay. Das Ding bei dem Mikrofon ist, dass scheinbar die Mikrofone für dieses Stereo, also für dieses zweiseitige, irgendwie scheinbar hier vorne eher angesetzt sind. Und da könnte man jetzt meinen, na gut, dann dreh doch das Mikrofon einfach um. Dann hast du es hier hinten. Also genau da, wo du bist. Aber das Problem ist dann wieder, dass du die Geräusche dann wieder seitenverkehrt wahrnimmst. Also jetzt, so hoch wie es jetzt steht, müsstest du es genauso wahrnehmen, wie du mich im Bild siehst. Das heißt, du siehst mich jetzt hier drüben im Bild und hörst den Ton auch in deinem entsprechenden Ohr, in deinem rechten Ohr. Und wenn ich es umdrehe, dann wäre es seitenverkehrt und das würde dich irritieren. Deswegen muss ich immer so weit nach vorne gehen. Als nächstes haben wir hier eine Zartbitter Schokolade. Das ist sehr interessant. Die ist von Penny und die ist gar nicht bio. Warum haben meine Eltern so eine Schokolade? Die benutzen doch sowas eigentlich nie. Meine Eltern kaufen sich eigentlich nur... Ach doch, von Aldi kaufen sie sich auch Schokolade. Also von Aldi Süd, diese Moza Schokolade. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die ist bestimmt auch eher nur zum Backen gedacht. Weil die gar nicht in ihrem Naschregal war, sondern in ihrem Vorratsregal. Sowas wie, also Schublade. Das ist dort, wo auch die ganzen Müsli- und Backzutaten sind. Ich muss mich nur ein bisschen umsetzen. Sorry, oh man tun die Beine weh, weil ich so im Schneidersitz gesessen habe. So. Okay. Hier, ich zeige sie dir erstmal. Ich gehe selbst nie bei Penny einkaufen. Habe auch keinen bei mir in der Nähe. Aber ich persönlich mochte Penny auch nie so wirklich. Da gab es immer so viel Ramschzeug. Also nicht so schöne Sachen. Mein Kumpel hatte sich dort mal Frikadellen. Das ist so kleiner. Hackfleischbällchen in so einer Plastikpackung gekauft. Und danach hatte er wahrscheinlich so eine Art Lebensmittelvergiftung gehabt. Weil er nur gebrochen hat und sich ganz schlecht gefühlt hat. Wahrscheinlich war das nicht gut gewesen. Aber mal im Ernst. Da ist nur Abfall drin, wenn so ein Riesenpaket vielleicht 1,99 kostet, was will man da auch erwarten. Kann ich echt nur sagen, selber schuld. So was würde ich mir in ihrem Leben kaufen. Selbst wenn ich noch Fleisch essen würde. Hier gibt es schöne Sticky Finger Sounds. Ich darf nur die Schokolade nicht zu lange in den Händen halten. Sonst schmelzt sie. Ich stelle mal die Kamera noch ein bisschen höher. So ist besser. Sonst schmelzt sie. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man so ein Video aufziehen kann. Entweder nimmt man aus derselben Geräuschkategorie Items, Objekte. Sei es nur Crinkle, nur Tapping, nur Holz oder Brushing. Oder man mixt eben alles zusammen. Ich finde, beides hat seine Vorteile. Wenn man eine Lieblingskategorie hat, dann kann man sich voll auf diese einlassen beim Zuhören. Also wenn man selber der Zuschauer ist. Man weiß, jetzt kommen nur Geräusche, die ich mag. Und bei den anderen, bei den Abwechslungsreichen, hat man eben ein paar unterschiedliche. So, dass es nicht zu schnell langweilig wird. Aber es geht ja auch bei ASMR nicht darum, ein Unterhaltungsprogramm abzuziehen und viel Information rüberzubringen. Sondern es geht ja um Entspannung. Und da kann es eben manchmal auch hinderlich sein, wenn man verschiedene Items kombiniert. Weil in einem Moment vielleicht für jemanden ein schönes Geräusch dabei war. Und im nächsten Moment eines kommt, das einem nicht so gefällt. Und dann kommt man wieder aus seinem guten Gefühl raus. Aber so steigt für den Künstler, für den ASMR-Künstler die Wahrscheinlichkeit, dass er verschiedene Menschen bedient, dass für jeden mal etwas dabei ist. Und es gibt immer noch für jeden die Option, nach einem personalisierten ASMR-Video anzufragen. Was natürlich gegen Bezahlung dann auch ist, wenn es nur für eine einzelne Person gemacht wird. Was auch verständlich ist. Ansonsten kann man immer Anfragen stellen in den Kommentaren, auf jeden Fall. Aber es kann dann eben auch mal sein, dass ein Wunsch nicht erfüllt wird. Oder eben erst Wochen oder Monate später. Ich mache sehr gerne personalisierte Videos. Ich habe, glaube ich, erst eins gemacht für jemanden. Und das macht mir sehr viel Spaß. Weil ich weiß, dass die Person sich genau das gewünscht hat. Und man sich dann riesig freut über das Video und es sich dann vielleicht immer wieder zu Hause anschaut. Oder unterwegs. Individuelle Videos sind immer schöne Dinge, so wie auch individuell gefertigte Sachen. Weil es eben einzigartig ist. Hier haben wir auch wieder etwas Knisteriges. Eine Protein-Riegel. Power Bar. Natural. Protein. Blueberry Nuts Flavor. Three After. Three After. Was heißt Three After? Three After. Keine Ahnung. Vegan. Lactose Free. 30% Protein. Yay. Wir haben hier einige Inhaltsstoffe, die ich leider in dem Licht jetzt nicht sehen kann so gut. Aber auch nicht sehr gute Inhaltsstoffe, da ist Soja drin, Palmfett, Heißmehl, Glucose, Glucosesirup. Würde ich mir nicht kaufen. Keine guten Inhaltsstoffe. Natürlich ist da auch Obst drin, also Früchte und sicherlich auch Nüsse, wenn es ein Protein-Ding ist. Fruktose ist auch noch drin. Nein, nein, nein. Es ist einfach unglaublich, wie viel Mist in unseren Lebensmitteln drin ist. Deswegen bin ich auch immer mehr jetzt auf der Schiene, dass ich mir keine zusammengemischten Sachen mehr kaufe, sondern die Dinge so einzeln mehr kaufe. Also Obst und Gemüse einfach. Oder Lebensmittel, die nicht so viele Inhaltsstoffe haben, wie eben Nudeln. Nudeln haben ja nur Hartweizengrieß. Obwohl ja Weizen auch schon sehr in Verruf geraten ist. Die Tage hatte einer bei Facebook gepostet, dass Weizen dick, impotent, also unfruchtbar und abhängig macht. Und ich habe das schon oft bei veganen oder veganen Rohköstlern in den Videos gehört, dass Brot sehr, sehr abhängig macht. Oder auch Nudeln, also Weizen einfach. Dass es für sie auch nicht einfach war, das auf Dauer wegzulassen. Also da war wirklich wie so eine Sucht danach. Und ich habe das die letzten Wochen auch sehr stark bei mir gemerkt, dass ich fast jeden Tag Nudeln essen konnte. Ich will jetzt mal wieder versuchen, ein bisschen mehr auf Kartoffeln umzuschwenken. Aber das schmeckt ja nicht immer so gut. Und heutzutage merke ich das auch immer schneller, wenn ich irgendwas nicht vertrage. Dass es mir gleich im Bauch zwickt. Oder wenn ich zu viel Verschiedenes kombiniert habe. Oder leichtverdauliche Lebensmittel mit schwerverdaulichen. Dass ich dann Blähungen bekomme und das ist sehr, sehr unangenehm. Die Liebe 17 Miss Coco, also die Chiara, wenn ich recht informiert bin, ist ihr Vorname. Sie hat ein sehr mutiges und ein sehr berührendes Video hochgeladen von sich und ihre Geschichte in Bezug auf Depressionen. Ich habe es mir nicht ganz angeguckt, weil es doch auch sehr mitnehmend war und ich gerade selbst nicht in so einer guten Stimmung war. Und das hat mich dann nur noch ein bisschen trauriger gemacht. Aber einen Teil habe ich mir angehört und sie hat das in ihrem Leben auch nicht leicht gehabt. Ich wusste gar nicht, dass sie auf einem Ohr nicht hören kann. Das ist schon heftig. Jeder Mensch sieht immer nur diese Oberflächlichkeiten bei Menschen und auch ich neige manchmal dazu, zu verurteilen. Aber bremst mich dann immer wieder aus und sag mir, hey, du kennst die Person gar nicht. Du weißt nicht, warum sie so ist oder was ihre Beweggründe sind. Und manch einer sagt, dass sie eingebildet wirkt oder dass sie so eine Tussi ist. Aber ich finde sie so eine liebevolle, warmherzige, freundliche Person. Wirklich, ich mag sie so gern. Da kann ich überhaupt nichts sagen und das ist doch ihre Sache, wie sie sich kleidet. Wenn sie eben gerne hübsch aussehen möchte und darauf achtet, dann ist es so. Und manchmal ist es nämlich auch genau das Gegenteil, wenn Menschen sich sehr herausputzen und schminken. Sorry, das war mein Handy. Manchmal ist es nämlich auch so, dass gerade Menschen, die besonders viel nach außen hin sich wie ein Pfau sozusagen kleiden, dass die besonders viele Unsicherheiten in sich haben und etwas kaschieren wollen. Denn für viele gehört viel Mut dazu, sich so zu zeigen, wie sie sind. Und sich so anzunehmen, wie sie sind, ohne viele Extras. Und ich fand das Video wirklich sehr, sehr schön. Also schaut es euch gern mal an. 17 Miss Coco. Aber gut, viele von euch werden sie sowieso kennen. Sie ist unter den deutschen ASMR-Künstlerinnen eine, die die meisten Abonnenten hat. Ich glaube, fast ASMR hat wesentlich mehr. Aber ich glaube, fast ASMR macht vorrangig englische Videos. Auch deutsche, glaube ich. Ich gucke sie nicht so oft oder sehr, sehr selten eigentlich. Und dann gibt es noch Flüsterentspannung mit Sophia. Ich glaube, die hat auch noch mal mehr. Ich bin mir nicht sicher. Aber einige von euch werden Chiara sowieso kennen. Und haben sich vielleicht das Video schon angeschaut. Jedenfalls sehr süß, wie sie wieder guckt. So lieb. Ich mag sie so sehr. Ganz liebevolle, freundliche, friedliche, herzliche, fürsorgliche Person. Ich finde eher, dass sie was total Bescheidenes hat. Aber vielleicht ist das auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Dass ich immer recht schnell erkennen kann, was hinter der Fassade steckt. Ich gucke da immer ganz genau hin und fühle auch genau hin, wenn jemand redet und wie er guckt. Und setzt das dann alles zusammen. Aber oft kann man ja nur das im Anderen erkennen, was man selbst in sich sieht oder was man im Leben schon so kennengelernt hat. Das ist so wie bei uns Menschen, wenn irgendwas Neues kommt. Wie mit dem spirituellen Neu in Anführungszeichen. Das ist ja uralt. Aber die Menschen neigen immer dazu, dass was sie nicht sehen können oder was sie noch nicht kennen, erst einmal aus Angst abzuwerten und abzulehnen. Was sehr schade ist. Aber wir sind eine offene, liebevolle, freundliche Community. Das liebe ich an ASMR so sehr. Dass wir eigentlich alle nur unsere Ruhe wollen und unseren Frieden. Dass wir runterkommen wollen und dass wir Positives wollen in unserem Leben. Das ist jetzt etwas offen. Das sind Mandeln. Eine riesige Packung mit Bio-Mandeln. Ich selbst bin kein großer Fan von Mandeln, weil sie so trocken sind und so hart, anders als zum Beispiel Cashewkerne. Die sind ja sehr weich und cremig und leicht süß. Aber meine Eltern scheinen Mandeln zu mögen. Und dass meine etwas andere Verpackung jetzt ist, wollte ich die gerne mit einbinden. Sticky Fingers. 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 Und ihre Katzen sind wieder drüber gerannt und haben das durcheinander gebracht. Und das war dann für sie der Anlass, das mal wieder etwas in Ordnung zu bringen. Sticky Fingers. Und auch das Tablett, das war ein Bambusholztablett, das auch gleich zu wischen, zu reinigen. Und das hat sie gleich als ASMR Video verarbeitet. Das finde ich schön. Dann hat sie einen Pflanzensprühbehälter, also diese Sprühdinger benutzt. Das Tablett damit eingesprüht und mit einem Lappen sauber gewischt. Und am Ende dann hat sie ein ätherisches Zitronenöl benutzt. Und das mit ihren Händen auf dem Holz eingereben. Das war sehr, sehr schön. Und ich konnte den Duft förmlich riechen. Wow, die Sonne kommt raus. Hinter mir ist es total weiß jetzt. Aber in Wirklichkeit sieht es ja gar nicht so aus. Hier kann man die Mandeln sehen. Hier gibt es ein kleines Sichtfenster. Hinter mir ist es so weiß, als würde der Raum erleuchtet sein. Aber ich bin froh, dass ich nicht kalkweiß jetzt bin. Dass sich hier hinten das Licht so ein bisschen konstant hält. Ich bin froh, dass ich euch nicht machecke und movesehe� im D Als ich vorhin im Kaufland war, um mir ein bisschen Obst zu kaufen, habe ich einen alten, ehemaligen Arbeitskollegen gesehen. Ich habe ja mal so um die Abi-Zeit rum, also so 12. oder 13. Klasse, habe ich im Kaufland gejobbt und Regale eingeräumt. Und ja, der arbeitet noch da und der war immer ganz cool. Der war zwar immer so ein bisschen schmierig, also immer so seine Anspielungen gemacht, obwohl er eine Frau hatte und schon ein, zwei Kinder. Aber er war trotzdem ein Mensch, mit dem man immer ein bisschen lustig reden konnte. Der hat immer gute Laune reingebracht, das mochte ich. Ja, und ich weiß gar nicht, wann ich ihn in den letzten Jahren immer gesehen habe. Vielleicht habe ich ihn schon immer mal kurz gesehen, wenn ich hier war, aber ich weiß nicht, ob wir uns unterhalten haben oder ob er mich gesehen hat. Und es war schön, dass wir uns heute richtig mal Hallo gesagt haben, auch um Abend. Und da kam dann gleich wieder so ein primitiver Spruch. Aber das macht ihn einfach aus, er ist einfach so, es ist okay. Und ich habe dann eben angemerkt, dass ich ja jetzt viel weniger wiege als früher. Also früher habe ich bestimmt, als ich dort noch gearbeitet, 10 Kilo mehr gehabt. Und mir war klar, dass ihm das auffallen würde, deswegen habe ich es lieber gleich gesagt. Und da meinte er, dann musst du mehr essen und mehr Sex haben. Ja, dachte ich mir, zunehmen und Sex haben. Ich glaube, diese zwei Dinge vertragen sich gar nicht. Man spricht doch eher davon, dass es Kalorien verbrennt. Da muss man dann lieber eher auf der Couch liegen und Chips essen. Nein, danke. Das sollte ich nicht in meinen Videos erwähnen. Ich immer als Gesundheitsapostel und gebe dann solche Tipps raus. Aber nur, dass du mal einen kleinen Einblick hast, was ich mit schmutzig oder primitiv meine oder sexuell angehaucht. Aber es war schön, die zu sehen. Das war lustig. Es tat gut, dass man sich immer noch nach all der Zeit einfach locker hallo sagen kann und umarmen kann. Ich traue mich nicht zu sehr, dieses Behältnis zu drehen, weil ich glaube, die Mandeln machen zu laute Geräusche, wenn die sich bewegen. Wir machen einfach einen mini kleinen Versuch und schauen mal. Wir machen einfach einen kleinen Versuch. Ich mache noch den Verschluss zu. Als nächstes haben wir hier ein kleines, kleines Tütchen. Und ich mag solche kleinen Tütchen. Das sind Berberitzen. Also wohl Früchte, wahrscheinlich Beeren. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich glaube, ich habe die noch nie gegessen. Mein Fuß schläft irgendwann ein oder mein ganzes Bein. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen die Position wieder verändern. Und dieses Tütchen ist ganz toll, weil es eher so ein weiches Plastik ist, nicht so hart. Und man die Beeren so schön knautschen kann. Und auch hier haben wir wieder Sticky Fingers. Natur belassen ohne Zucker bei www.1001frucht.de Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal ist nichts passiert. Und es hat Zoom gemacht. Ich musste gerade einen Cut machen, leider, weil irgendwie der Bildschirm sich aufgehangen hat. Also meine Software. Ich sehe mich ja immer hier unten drunter durch meine Kamera. Und irgendwie hat das gehakt. Und ich wollte nicht, dass das ganze Video, was ich ja vorher in einem Stück gedreht habe, verloren geht. Und das Gute ist, auch wenn sich das Ganze aufgehangen hat, am Ende wurde das Video im Hintergrund trotzdem abgespeichert. Oh mein Gott, das war eine Dreiviertelstunde. Ja, meine Lieben. Weiter geht es mit den kleinen Berberitzen. Berberitzen. Die sind zu gedagert, also. Aber ich mag jetzt auch keine Früchte essen gerade, weil ich noch mein Bräutchen mit Avocado und Tomate und Knoblauch im Bauch habe. Es gibt nachher nur wieder böse Blähungen, wenn ich dann auch Früchte hinzufüge und das gärt dann alles vor sich hin. Da muss man wirklich aufpassen. Obst immer zuerst essen, weil das am schnellsten verdaulich ist. Kein Wunder, dass viele dann denken, sie sind, sie vertragen Obst nicht, wenn man das einfach falsch kombiniert. Und Ja, es ist schön, dass man auch immer woanders noch Artikel finden kann, die man benutzt für ein Video. Es hat sich also auf jeden Fall gelohnt, das kleine Kloppa, das kleine klobige Mikrofon mitzunehmen. Es leistet sehr, sehr gute Dienste, nicht wahr? Von der Form erinnern die mich ein bisschen an Kochi-Beeren. Kochi-Beeren sehen auch so ein bisschen von der Größe aus, vielleicht ein bisschen größer und rötlich. Hier haben wir bittere Aprikosenkerne. Die sind sehr, sehr gesund, sehr, sehr gesund. Die wurden sogar schon zur Krebstherapie eingesetzt. Meine Mama verwendet eigentlich nur noch ausschließlich, glaube ich, Glasdosen. Das finde ich super. Ich habe auch einige davon. Aber die kosten natürlich auch mehr als die normalen. Die haben zwar immer noch einen Plastikdeckel, weil man das sonst nicht klicken könnte, wenn es Glas wäre. Aber es gibt ja auch diese, wie nennt man denn diese Einweckgläser, die man auch so aufklicken kann mit so einem Metallbügelverschluss. Sowas geht ja auch. Aber das finde ich immer ein bisschen nervig, weil da ja immer noch so ein Gummi dazwischen ist, den man dann ja auch waschen muss. Ich mache das jetzt mal auf, um ein bisschen durch die Aprikosenkerne durchzugehen mit den Fingern. Ich habe mir auch die Hände gewaschen. Komisch, im Bild hakt es schon wieder. Vielleicht muss ich mein PC mal neu starten. Schade. Ich bin gespannt, wie weit die Bauarbeiten nebenan bei mir sind in Berlin. Ich weiß auch noch nicht, was die an dem Haus da gegenüber machen. Irgendwie haben sie den Putz abgeklopft, aber nur an den Kanten, glaube ich. Gar nicht direkt an der Wand. Ich hoffe, es wird nicht irgendwie voll laut mit Bohrmaschine und wochenlang. Das ist echt halbtraum, weil es genau auf der Seite ist, wo ich auch schlafe in meiner Wohnung. Ich bin ja vor allen Dingen extra von einem Raum zum anderen gewechselt. Weil der andere Raum so laut war, von der Nachbarin oben drüber, den Wassergeräuschen. Auch den Nachbarn, die nebenan manchmal da waren, mit den Enkelkindern. Und der neue Raum, in dem ich bin, der war so der einzige Ruheraum, so richtig, so von den zwei Wohnräumen, die ich habe. Ich war so dankbar, dass ich den habe noch. Und den möchte ich natürlich nicht wieder aufgeben müssen. So. Sieht auch fast aus wie Mandeln, finde ich. Mandeln oder Haselnüsse auch so bräunlich. Oh ja, das klingt schön, das hat sie gelohnt. Ich werde mich auf jeden Fall nachher noch ein bisschen auf die Terrasse setzen. Und die Sonne genießen. Aus so. Aus so. Aus so. Ich freue mich, wenn ich in Berlin wieder mit meinem Fahrrad durch die Gegend radeln kann. Es ist so bequem. Ich habe hier mal das Fahrrad von meiner Mama ausprobiert. Ein Kettler-Fahrrad. Kettler ist ja eigentlich eine Firma mit sehr gutem Ruf. Aber mit dem Fahrrad konnte ich überhaupt nicht gut fahren. Der Sattel war so hart und so schmal. Das Fahrrad war nicht richtig eingestellt. Der Lenker zu weit unten. Sodass man immer so auf den Armen sich abstützt und an den Nacken wehtut. Auch vom Sattel gefahren, die ist ein bisschen zu klein. Obwohl meine Mutter noch mal ein bisschen größer ist als ich. Also das ließ ich überhaupt nicht fahren. Das war so schwer. Ich bin auch an mein angenehmes Citybike gewöhnt. Also mit dem gebogenen Lenker, die so ein bisschen wie Holland-Fahrräder aussehen. Das liebe ich echt. Der Sattel ist so schön bei mir. So schaumig. So weich. Ein tolles Fahrrad. Ich liebe es. Ich habe auch lange danach gesucht. Und habe es jetzt auch endlich bald abbezahlt. Ich habe das Apparatenkauf gemacht, weil ich das Geld mit einem Mal nicht hatte. Und jetzt ist es bald abbezahlt. Weil ich glaube, es hatte 399 gekostet. Wieder eine Sorge weniger. Schön. Das waren auch noch ein paar nette Geräusche, meine Lieben. Einen Artikel möchte ich noch vorstellen, weil ich ihn gestern ja auch in der Vorschau gezeigt habe. Also am Ende meines letzten Videos. Eigentlich wollte ich jetzt zum Ende kommen, weil es jetzt schon fast eine Stunde wieder Aufnahmezeit ist. Aber da fiel mir ein, dass ich ihn bereits schon gezeigt habe. Und das wäre dann auch doof, es wegzulassen. Das ist einfach ein Müsli-Zusatz. Das ist, glaube ich, Amaranth oder Quinoa. Und gepuffter, gepuffter, irgendwas, wie nennt man die denn, Puffreis. Diese bräunlichen Dingerchen, die mal ein bisschen größer sind, die es auch als Cornflakes gibt. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Hier haben wir noch ein paar Glasgeräusche. Das ist ursprünglich ein Pasta-Glas gewesen. Steht hier noch drauf. Pasta-Glas mit Deckel. 1,79 Euro. Das ist so krass, wie günstig manche Dinge sind. So ein großes Glas. Wow. Juchu, wieder ein Video gemacht. Ich freue mich immer so, wenn ich eine Idee wieder hatte. Und wenn es gut geklappt hat. Und obwohl ich nicht zu Hause bin, dass ich trotzdem eins machen konnte. Das ist schön, dass ich auch diese Ruhe jetzt hier hatte. Und jetzt außerhalb nicht so viel Krach war. Und dass ich auch Glück hatte, dass meine Eltern nicht gerade hier oben auf der Etage jetzt stehen und sich unterhalten. Dass ich wieder unterbrechen muss, so wie gestern. Das ist alles schön ruhig. Dieses Blechgeräusche erinnert mich immer an eine Regenrinne. Das ist einfach nicht. Oh, das ging nicht so. Jetzt kann ich für Muy doomed. Sollte Schöne feine Geräusche, ganz angenehm und ganz sanft, nicht aufdringlich. Und zum Schluss noch ein bisschen Deckel-Tapping, ich weiß gar nicht was das ist, ob das Alu ist, Aluminiumblech. Meine Lieben, wir sehen uns wieder, natürlich, wir sehen uns wieder. Wie immer hoffe ich, dass es dir gefallen hat, dass es dir Spaß gemacht hat, dass es dich entspannt hat. Und danke dir, danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Und verabschiede mich hiermit vorerst von dir. Ciao. Ciao. Bye bye. Au revoir. Ciao. 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 Ciao.